Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute drehe ich für euch wieder ein Uncut-Video vom Augustjahr. Ich bin gerade mit Donny hier im Wald unterwegs, weil die ja eine Sehnscheidentzündung hat und deswegen nur Schritt gehen darf. Da habe ich mir gedacht, drehe ich das doch jetzt mal. Was gab es im August so neues von uns? Eigentlich gar nicht so viel. Erstmal die Sehnscheidentzündung von Donny, hinten links. Die wird auch leider noch ein bisschen dauern. Da der Tierarzt gesagt hat, so bis 20 Tage kann man im Normalfall rechnen. Und da sie eigentlich auch nicht wirklich raus soll oder nicht unbedingt toben soll, sagen wir es mal so, wird das wahrscheinlich länger dauern, weil ich sie raus stelle, weil die sonst die ganze Box auseinander nimmt. Und ich das auch besser finde, wenn die den ganzen Tag auf der Wiese dann steht und da natürlich auch tobt. Aber den Zeitraum, wo es dann länger dauert, den nehmen wir in Kauf. Dann sind Grace und Odala jetzt am Wochenende in den Norden umgezogen mit meiner Schwester. Meine Schwester steht jetzt oben. Und deswegen sind Donny, Donald und ich jetzt hier... Donny, nein, super. Alleine? Nein, nein, für Donny. Wir werden den ganzen Wald auch fressen. Ähm, ja. Mal gespannt, was das so bringen wird, die neue Zeit. Mit Sicherheit sehr spannend. Und ja, das war's auch schon so im Gesamten. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch unten in der Infobox natürlich wie immer die Videos, die im August bekommen sind. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!